Guten Tag, ich kann nicht programmieren, ich bin der reine Endanwender, aber ich bin ein Freund von freier Open Source Software und ich wünsche mir, dass das konsequenter angewendet wird. Was wir hier in unserer GIS-Sphäre kennen, ist natürlich Linux statt Windows, wir kennen QGIS statt Arcus und wir kennen OpenStreetMatch statt Google Maps. Ich finde es deswegen so toll, freie Open Source Software ist es für mich sowas wie gelebte Demokratie, es werden Regeln, es werden Ziele festgelegt, es findet irgendwie gemeinschaftlich statt, es wird ausgehandelt. Das mag ich daran sehr, dass es da keine zentralen Instanzen gibt. Was allerdings viel zu selten passiert ist, dass diese Public Codes zu selten mit Public Money verwendet werden, also in Verwaltungen, in Schulen, in Behörden, da gibt es die Free Software Foundation Europe.org, die haben, das ist so ein Verein, die haben eben dieses Public Money, Public Code rausgebracht, kann man sich gerne mal tummeln. Da möchte ich einerseits darauf hinweisen, dass also auch die öffentlichen Verwaltungen Steuergelder bitte nicht für proprietäre Software ausgeben. Aber viel zu oft sind proprietäre Software auch quasi Standards. Das beste Beispiel ist immer Twitter. Deswegen möchte ich auf ein paar Softwareen hinweisen, die ich als reiner Endanwender immer wieder finde und die außerhalb der GIS-Szene vielleicht nicht so bekannt sind. Das eine ist SearchX statt Google Suche. SearchX gibt es mehrere Instanzen. Ich habe ja mal die Instanz von Sputel genommen. Ich kann nicht programmieren, aber ich weiß, es gibt mehrere Leute, die haben auf ihren Servern dieses SearchX drauf und das greift dann auf andere Suchmaschinen zurück. Das nächste ist das sogenannte Fediverse. Das ist ein Kofferwort von Federate Universe. Das bedeutet, es gibt mehrere verteilte Instanzen für verschiedene Kommunikationskanäle, die alle miteinander sprechen können. Das erste ist Mastodon statt Twitter. Das nutze ich selber auch. Gibt es auch etliche Clients auch fürs Handy, auch für iPhone, soweit ich weiß. Der Vorteil ist außerdem, dass man Mastodon und Twitter spiegeln kann über die sogenannte Moa.partybrücke. Pixel-Fed statt Instagram. Vorteil auch, ich kann mir das, was in Pixel-Fed gepostet wird, auch Mastodon mir anschauen lassen und umgekehrt, glaube ich. Peertube statt YouTube. Diaspora statt Facebook und bestimmt noch einige andere. Es gibt da auf der Internetseite fediverse.party, kann man sich orientieren oder sich weiterführen lassen. Hier sind vor allen Dingen Mikro- und Makro-Blogging-Systeme aufgeführt. Auf was ich noch hinweisen möchte, ist Conversations statt WhatsApp. Das nutze ich auch. Auch dort kann man sich einen Server aussuchen. Das ist wie eine E-Mail-Adresse und die können alle miteinander kommunizieren. Das ist immer standardmäßig Omeo-verschlüsselt und das Übliche, was man mit WhatsApp machen kann, kann man da auch machen. Das ist dann die Internetseite Conversations.im. Das nächste ist Lineage OS statt Android fürs Smartphone. Da gibt es auch eine Community, die das programmiert. Es werden nicht alle Android-Smartphones unterstützt. Der Vorteil ist auch, dass es dort, Moment, ist das nächste, F-Gloid statt Google Play Store. F-Gloid ist ein Store, der also nur datenschutzrechtlich saubere Apps zulässt. Die kann man sich aber auch auf normalen Android installieren. Es gibt auch die Möglichkeit, hier gibt es eine App, dass man auch auf Apps auf dem Play Store zugreifen kann, aber nur die kostenfreien. Und das nächste ist Nextcloud statt Roblox, Google Kalender und Kontakte und so weiter. Nextcloud ist ein Riesentool. Da kann man also, wie gesagt, seine Dateien ablegen. Man kann seine Kalender synchronisieren. Man kann seine Kontakte synchronisieren. Ich selbst habe hier so einen Phone-Tracker auch noch drauf, wenn meine Familie wissen will, wo ich gerade bin. Das Vorletzte ist Matomo, ehemals Piwik statt Google Analytics. Das selber nutze ich nicht, aber ich habe hier auch irgendwo gesehen, letztens bei einem Vortrag, dass alles FOSS war, aber Google Analytics war dahinter auf der Internetseite. Und letztlich ist, finde ich eigentlich das Schönste, Nudel statt Dudel. Das ist von dem Verein Digital Courage, die auch den Big Brother Award immer ausschreiben. Die haben sich, haben da so einen Termin drüber genommen, haben sich Nudel genannt. Finde ich ganz nett vom Namen her. Und als Fazit kann ich sagen, die Nutzung von freier Open Source Software ist eben nicht nur im GIS-Bereich, sondern auch in der digitalen Alltagswelt möglich. Man muss es nur einfach machen und man erreicht mich hier auf diesen Kanälen. Dankeschön. Vielen Dank.